Tieftimea ist für diese Wetterkapriole verantwortlich und natürlich, das muss man dazu sagen, auch der Klimawandel. Denn so eine Wetterlage in dieser Jahreszeit, die wäre ohne Klimawandel gar nicht denkbar. Die Warmluft kommt aus Afrika über Spanien und Frankreich hinweg bis zu uns in die Hansestadt und lässt die Temperaturen auf nie dagewesene Werte steigen. Das darf man dann aber trotzdem genießen, weil das Wetter einfach richtig schön sein wird. Auch am Abend mit Temperaturen um 21 Grad ist es trocken und ein wunderschöner Sommerabend. Gleichwohl er eben ungewöhnlich ist in der Jahreszeit. 10 Grad die Temperaturen in der kommenden Nacht, morgen ein Tag mit vielen Schleierwolken. Die Sonne ist aber meistens zu sehen und die Tagestemperaturen erklimmen Werte, die in dieser Jahreszeit noch nie aufgetreten sind. Fast 25 Grad sind möglich und damit wird es auf jeden Fall der wärmste 6. April seit Beginn der Wetterbeobachtung. Noch nie war es so früh im Jahr in Hamburg so warm, wie es morgen sein wird. Die Temperaturen am Sonntag nicht mehr ganz so hoch, aber auch 21 Grad ist für die Jahreszeit deutlich. Es gibt einzelne Regenschauer und die Sonne versteckt sich häufiger hinter dichten Wolken. Am Montag wird es dann noch ein bisschen wechselhafter und die Temperaturen gehen ganz langsam ein wenig zurück. 19 Grad am Montag, 17 Grad sind es am Dienstag und am Mittwoch erreichen wir dann wieder Temperaturen, die eher in die Jahreszeit passen. Da sind wir dann wieder auf dem jahreszeitlich entsprechenden Niveau. Aber jetzt gibt es erstmal einen Tag Sommer in Hamburg. Da sind so früh in der Regel. Da sind wir dann Nil. Da sind nur salty. Da ist einfach然... Da ist Klar heraus-